Seit Urzeiten vertraut der Mensch auf Holz. Wir lieben seine Robustheit, die Vielseitigkeit und vor allem seine natürliche Wärme, die dieser Naturstoff auf uns Menschen ausstrahlt. Bei Massivparkettbögen wird dem Material das höchste Abfallland. Belastbarkeit, Langlebigkeit und auch ein harmonisches Zusammenspiel mit der Ästhetik der heutigen Architektur. Bei der Deisel-Parkettmanufaktur im obersteirischen Lietzen weiß man seit Generationen, wie man Holz richtig verarbeitet. Wahrscheinlich hat der Familienbetrieb deshalb eine so große Zahl zufriedener Kunden. Manche kommen einfach über den klassischen Weg, weil es einfach einen Boden braucht. Manche, weil sie gehört haben, dass wir Sachen machen, die in Ordnung sind. Und manche kommen wirklich ganz gezielt wegen dem Hauptthema einfach Individualität. Also der sagt von vornherein, ich möchte einen Boden, den nur ich habe, mit einer Farbe, die nur für mich gemischt worden ist, mit einer Oberfläche, die nur für mich gemacht worden ist. Teilweise sogar in Abmessungen, die nach meinen Vorstellungen sind. Und das Ganze dann aus einer Hand sozusagen auch gleichfertig verlegt. Für uns ist das, sobald der Kunde sagt, er hätte gerne einen Holzboden, dann ist er bei uns einmal richtig. Also dann können wir mal über alles reden. Durch eine Vielzahl besonderer Oberflächenbehandlungen kann nicht nur das Aussehen des Parkettbodens, sondern auch das Gefühl beim Darübergehen bestimmt werden. Da entstehen dann die aberwitzigsten Oberflächen. Und es geht so weit, dass ich das auch durch einen leichten Schuh, so geht es einmal, also einen Halbschuh oder so, die Oberflächenbearbeitungen, die wir da anbringen, dass ich die auch merke. Die Produktionshalle des Betriebs ist das Reich von Manfred Deisel, dem Seniorchef. Er hat für das Unternehmen sogar ein Patent für die Formstabilität von Parkettbrettern entwickelt. Und das Ganze funktioniert auch so. Der Leiter eingedrückt aus dieser Silikonpistole und dann der Stabilisator in diese Nut eingeklebt. Der Stabilisator hat die sechsbrochen Zugfestigkeit von Stahl und verhindert, damit ist Quellen und Schwinden. Und damit steht das Parkettbrett genauso gut, als wie ein dreischichtiger Boden. Das Betriebsklima wird im Familienbetrieb sehr groß geschrieben. Jeder Mitarbeiter, so Manfred Deisel, wird als Familienmitglied betrachtet. Das Wichtigste ist, dass man seine Arbeit gerne macht. Das ist einfach für mich Grundvoraussetzung. Und wenn ich um sieben Uhr in der Früh in die Firma reinkomme, dann möchte ich keine Fadengesichter haben, sondern wirklich merken, dass die Leute mit Freude bei der Arbeit sind, weil sonst wird das keine Scheidearbeit. Neue Maßstäbe bei der Innenraumgestaltung setzt die Deisel-Parkett-Manufaktur mit Crystal Flooring. Edle Vollholz-Parkettböden erhalten mit Swarovski-Kristallen das gewisse Etwas. Vermehrt internationale Kunden lassen sich durch das elegante Zusammenspiel von Holz und funkelnden Lichtreflexionen verzaubern. Wenn die Sonne dann im richtigen Winkel reinkommt, habe ich das dann überall. Also das geht ja dann nicht nur vom Boden aus, aber das habe ich an der Wand, die Reflexionen und an der Decken genauso. Die Liebe zum Materialholz, die Freude der Menschen, die damit arbeiten und auch das Einfühlungsvermögen für jeden einzelnen Kunden. Das macht die Deisel-Parkett-Manufaktur zum einzigartigen Gestalter massiv schöner Wundräume. Das macht die Deisel-Parkett-Manufaktur zum nächsten Mal.